Ich sage Nein zu diesem Gesetz, weil es kein Schutzgesetz mehr ist, sondern man sagt nicht zu vergeben, vielleicht leicht problemisch, aber doch mit einem wohnen Inhalt, dass es ein Abschussgesetz ist. Bis jetzt ist es so gewesen, dass insbesondere der Wolf, aber auch andere Raubtiere haben bestimmte Kriterien füllen, bevor man es jagen konnte. Eine bestimmte Anzahl Schafe gerissen und jetzt soll das nicht mehr so sein. Heute reicht bereits die Tatsache, dass sie das begangen könnten. Und das selbstverständliche, ein Wolf tut möglicherweise schon freissen. Mit anderen Worten, man könnte also bevor er überhaupt das erste Gerissen hat, schon abschiessen. Und das finde ich falsch. Der Wolf gehört auch zu unserer Natur, wie andere Tiere auch.